Hallo und herzlich willkommen zu diesem Screencast. Mein Name ist Irina Stockmann, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Deutschen Geoforschungszentrum Potsdam, kurz GFZ. Hier am GFZ hat das Fernlab-Team MISAC entwickelt, eine Web-Anwendung, mit dem Habitate schrittweise klassifiziert werden können. Der in MISAC implementierte Algorithmus basiert auf dem des Habitat-Samplers, den Dr. Carsten Neumann hier am GFZ entwickelt hat. In den nächsten Minuten demonstriere ich MISAC. Wir starten in der Klassifikationsansicht mit einer Hintergrundkarte. Was ich hier gerade umkreise, ist die Küritz-Rupiner Heide in Brandenburg. Für den südlichen Teil des Gebietes laden wir gleich die Eingangsdaten ein und klassifizieren die dort vorkommenden Habitate. Dies geschieht auf der linken Seite in drei Schritten. Im ersten Schritt werden die Referenzdaten eingelesen. Es gibt die Option, ein Punkt-Shape-File oder eine Tabelle einzulesen. Ich wähle die erste Option und komme später auf die Tabelle nochmal zurück. Nun werden die Punkte der eingelesenen Shape-File dargestellt. Das Besondere an MISAC ist, dass für die gesamte Klassifikation lediglich ein Referenzpunkt pro Habitat benötigt wird. In diesem Beispiel haben wir sieben Punkte, also sieben zu klassifizierende Habitate. Hier befindet sich zum Beispiel ein Referenzpunkt für junge Heide, hier für Trockenrasen, hier für Laubwald und so weiter. Wichtig ist, dass die Referenzpunkte repräsentativ für das jeweilige Habitat sind und die Habitate in Abhängigkeit der räumlichen Auflösung des Rasterstacks definiert werden. Im zweiten Schritt wird ein Rasterstack im Geo-TIV-Format eingelesen. Entweder eins, das sich auf einem lokalen Verzeichnis befindet. MISAC unterstützt hierbei Rasterdaten unterschiedlicher Sensoren und räumlicher Auflösung. Oder es können direkt über das GTS2-Tool prozessierte und atmosphärenkorrigierte Sentinel-2-Daten abgerufen werden. Ich wähle die erste Option und lade ein Sentinel-2-Stack sowie die Metadaten im JSON-Format hoch. Ich wähle die erste Option und lade ein Sentinel-2-Stack sowie die Metadaten im JSON-Format hoch. Die Metadaten enthalten Informationen über die Aufnahmezeitpunkte und Kanäle des eingelesenen Rasterstacks. In diesem Fall haben wir sechs Aufnahmen aus dem Jahr 2018, beginnend mit dem 3. März, mit je neun Sentinel-Kanälen. Somit besteht der eingelesene Rasterstack aus insgesamt sechs mal neun, also 54 Kanälen. Und was nun generiert wurde, ist eine Referenz-Tabelle. Links die sieben Habitate, oben alle 54 Kanäle. Und diese Werte, das sind die extrahierten Reflektanzwerte aus allen 54 Kanälen an den jeweiligen Referenzpunkten. Und jetzt komme ich auf die Option mit der Tabelle zurück. Was wir hier im Textformat einfügen können, ist eine Referenz-Tabelle, die so aufgebaut ist, wie diese eben generierte. Der Vorteil dieser Option gegenüber der Metad-Shape-Fall ist, dass auch Klassifikationen für Gebiete und Jahre durchgeführt werden können, für die keine Referenzpunkte vorhanden sind. Ich könnte also diese Tabelle, die eigentlich auf den Daten von 2018 und auf einem Ausschnitt der Küritz-Rupiner Heide basiert, speichern, gegebenenfalls ergänzen und damit dann die Jahre vor und nach 2018 sowie andere Heidelandschaften klassifizieren. Vorausgesetzt die gleichen Habitate sind zu erwarten und die Raster-Stacks für die anderen Gebiete und Jahre haben eine vergleichbare räumliche Auflösung und umfassend vergleichbare Kanäle und saisonale Aufnahmezeitpunkte, wie der Raster-Stack, auf dem die Referenz-Tabelle basiert. Ja, im dritten und letzten Schritt erfolgt die Klassifikation. Und jedes Mal, wenn wir auf Class klicken, dann generiert MISAC iterativ und automatisch Trainingsdaten mit ähnlicher spektraler Eigenschaft für Machine Learning Algorithmen. Und aus dem Pool an trainierten Modellen werden dann mithilfe der Referenz-Tabelle diejenigen Modelle selektiert, die eine Klasse X am besten von den anderen Klassen differenzieren können. Und diese selektierten Modelle werden anschließend genutzt, um das Raster-Stack pixelbasiert zu klassifizieren. Das ist das, was im Hintergrund läuft. Und was wir sehen, ist das Resultat, eine Wahrscheinlichkeitskarte für diese Klasse. In diesem Fall Nadelwald. Die Farbskala auf der rechten Seite zeigt jetzt an, wie viele Modelle ein Pixel als Nadelwald klassifiziert haben. Je höher die Anzahl der Modelle, desto wahrscheinlicher wurde Nadelwald korrekt klassifiziert. Über den Regler auf der linken Seite können diese Wahrscheinlichkeit jetzt beurteilt werden. Um jetzt die Klasse Nadelwald zu extrahieren, muss ein Schwellenwert über den Regler gesetzt werden. Und mit dem Schwellenwert wird bestimmt, welche Pixel eindeutig der Klasse Nadelwald zugeordnet werden sollen. Dieser Vorgang erfordert Fachkenntnisse. Für eine gute Einschätzung des Schwellenwertes können beispielsweise historische Ortofotos, Managementpläne, Biotopkartierungen und Google Earth-Satellitenbilder helfen. Es kann auch helfen, andere Bandkombinationen zu betrachten. In der Kartenansicht visualisiert Miesack den Raster-Stack automatisch als RGB-Bild der ersten Aufnahme. In unserem Fall das RGB vom 3. März 2018. Es lassen sich jedoch auch andere Bandkombinationen visualisieren. Vielleicht hilft es uns, das RGB eine Aufnahme im Sommer zu betrachten. Oder wir wollen zur besseren Beurteilung das nahe Infrarotband einbeziehen, sodass wir gegebenenfalls besser zwischen Laub und Nadelwald unterscheiden können. Diese beiden neuen Layer und alle weiteren Layer, darunter auch die klassifizierten Habitate, können jederzeit über das Layer-Fenster visualisiert werden. Sind wir mit der Wahl des Schwellenwertes zufrieden und halten das Resultat für plausibel, dann klicken wir auf Next Class, woraufhin die Klasse Nadelwald extrahiert und als permanenter Layer gespeichert wird. Und mit den restlichen unklassifizierten Pixeln wird eine Wahrscheinlichkeitskarte für die nächste Klasse generiert. Das ist in diesem Durchgang die Klasse Alte Heide. Schrittweise werden so alle Klassen nach und nach klassifiziert. So, jetzt bin ich bei Klasse 4 von 7 angekommen und bin mit den Wahrscheinlichkeiten für diese Klasse unzufrieden. In solch einem Fall kann das Resampling so lange wiederholt werden, bis wir ein plausibles Ergebnis erhalten. Für ein besseres Ergebnis können auch jederzeit die Parameter verändert werden. Wir können zum Beispiel die Anzahl von initialen Trainingspunkten erhöhen oder auch die Anzahl an Modellen. Außerdem gibt es die Wahl zwischen Random Forest und Support Vector Machine als Machine Learning Algorithmus. Und wir können bestimmen, wie die Trainingsdaten räumlich generiert werden. Außerdem kann gewählt werden, welche Aufnahmezeitpunkte oder auch einzelne Kanäle nicht in die Klassifikation einfließen sollen. Nachdem alle Habitate extrahiert wurden, können wir das Ergebnis speichern und benennen und dann jederzeit unter Results wieder laden, downloaden und die relative Häufigkeitsverteilung der Habitate in einem Kreisdiagramm plotten. Und zum Schluss noch die Bemerkung, dass es vor allem wichtig ist, ein gewisses Gefühl für das Untersuchungsgebiet zu entwickeln und Wissen über das Gebiet in die Beurteilung der Wahrscheinlichkeiten einzubeziehen und auch die visuelle Bildinterpretation von Fernerkundungsdaten mit einfließen zu lassen, sodass wir eine Erwartungshaltung bezüglich der Klassifikation bekommen können, was dann wiederum unsere Überprüfung auf Plausibilität hin erleichtert. Der wesentliche Vorteil ist, dass der Nutzer oder die Nutzerin nicht auf umfassende Referenzdaten angewiesen ist. Es ist lediglich ein Referenzpunkt pro Klasse nötig, was besonders dann nützlich ist, wenn Referenzdaten fehlen oder unzureichend sind. Man ist dadurch auch flexibler bei der Definition von Klassen. Ein weiterer Vorteil ist die Interaktion mit dem System und die Integration von Expertenwissen. Man vertraut nicht einfach einem Ergebnis, sondern kann wissensbasiert in das System eingreifen. Es werden außerdem verschiedene Rasterdaten unterstützt und es gibt die Möglichkeit, direkt Sentinel-2-Daten zu nutzen. Das demonstrierte Klassifikationsverfahren kann auch mit der Open-Source-Software bzw. der Programmiersprache R durchgeführt werden. Das erfordert allerdings eine Installation, Programmierfähigkeiten und einen leistungsstarken Rechner. Und für alle, die das umgehen wollen, ist MISAC eine gute Alternative. Und damit bin ich auch am Ende dieser Demo angelangt. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und viel Spaß und Erfolg mit MISAC. ZD-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-